Ich weiß nicht, was es war, was es mit der dicken Schamim von Anfang an auf sich gehabt hatte, aber ich sah keine Chance, mich ihren Wünschen, die ja befehlen, gleich kamen, zu entziehen oder gar zu widersetzen. Vier Tage Kalkutta, ein Blick in den Atlas genügte und selbst ich kapierte, dieser Moloch im äußersten Westen Indiens ist das Muttermal am Arsch der Welt. Bis dorthin würde ich eine Ewigkeit in der Luft hängen und ich flog nicht gerne und wegen des nun schon seit Monaten anhaltenden Liebeskummers war ich alles andere als unternehmungslustig. Trotzdem ging ich einen Tag später zu einem Reisebüro im Zentrum von Lübeck, wo ich damals noch lebte, und erfuhr, dass ich, wenn ich die billigste Verbindung, die mit den jeweils drei Zwischenstops, einem in Frankfurt, einem in Paris und einem in Bombay, für schlappe 1400 Mark nehmen wolle, keine Ewigkeit brauchen würde, nicht mal eine halbe, oh nein, bloß lächerliche 22 Stunden hin und 26 Stunden zurück. Obwohl ich kaum 3000 Mark auf dem Konto und Charmin ja geschrieben hatte, dass mir die Flugkosten erstattet würden, nur wer weiß schon wann, schlug ich dies Angebot, das wie die junge Frau am Tresen des Reisebüros schnippisch befand, bei einem derart knapp kalkulierten Budget alternativlos günstig sei nicht aus, sondern griff zu und zückte, provoziert vom Gehabe dieser arroganten Tussi, extra lässig meine Kreditkarte. Knautsch kaputt vom nahezu eintägigen schlaflosen Sitzen auf Mittelplätzen in einem Jumbo-Jet und zwei kleineren Maschinen, der dürftigen Bordverpflegung, dem Warten im schlecht belüfteten Transitbereich und dem Schlangestehen vor der Passkontrolle kam ich an. Schlauerweise war ich nur mit Handgepäck gereist und glücklicherweise erblickte ich auch gleich Charmin, die hinter der Exit-Schwingtür aus der Menge ragte wie eine Boje aus der Brandung. Wir umarmten uns nicht, reichten einander bloß die Hände, die feucht waren oder eher nass, denn die Hitze in der Empfangshalle dieses internationalen Flughafens mit dem merkwürdigen Namen Dumm-Dumm war unerträglich. Auch im Freien war es atemberaubend schwül, doch was heißt im Freien? Wir kämpften uns durch ein Menschengewimmel, wie ich nie zuvor eins gesehen hatte, bis Charmin, die diesmal einen himmelblauen Seidenssari zu ihren Goldkreolen trug, mich samt meinem Rollköfferchen auf die Rückbank eines schrottreifen Mercedes-Taxis bukzierte und selbst neben dem Chauffeur Platz nahm. Nach etwa drei Stunden Fahrt im Schritttempo zwischen ununterbrochen aber völlig sinnlos hupenden Autos vorbei an Kühen und Schafen, windschiefen Hütten, diverse Dinge über dem Kopf balancierenden Fußgängern und auf dem Trottoir sitzenden oder gar liegenden Frauen, Männern, Kindern, näherten wir uns wohl der eigentlichen Stadt, denn am Horizont hinter einem breiten Gürtel von Leuchtschriften, Werbeplakaten, Modegeschäften, Supermärkten, Garküchen, Bretterbuden und Warenstapeln links und rechts der Straße ragten hohe, steinerne Gebäude aus dem Dunst. Bald, sehr bald, glaubte ich, würden wir das Hotel erreichen, in dem Charmin mir ein hoffentlich klimatisiertes Zimmer gebucht hatte. Dort könnte ich zur Besinnung kommen, duschen, schlafen, doch wir fuhren und fuhren, wenn wir nicht gerade im Stau feststeckten, weiter und weiter und schlossen des allgegenwärtigen Gestanks wegen oder weil Charmin die befürchtete, auf deren Geheiß die Fenster. Die Häuser und Hütten, an denen wir vorüberschlichen, wurden wieder kleiner und schäbiger, die Tiere, nun waren auch Hunde, Ziegen, Hühner und sogar Affen darunter zahlreicher, die Menschen zerlumpt da. Endlich aber hielten wir vor einer Wellblechbaracke, die von etlichen spärlich belaubten, staubigen Bäumen umgeben, inmitten eines Slums lag, womöglich dessen Zentrum war. »Komm an«, zischte Charmin und bohrte mir, während wir ausstiegen, zwei bis vier ihrer Maniküre gepflegten mit langen, feuerrot lackierten Nägeln bewährten Wurstfinger ins Kreuz. Und dann sah ich Bilder, die mich bis heute verfolgen, nachts in einem immer wiederkehrenden Traum, aus dem ich jedes Mal weinend erwache, weil er genau genommen kein Traum ist, sondern ein Trauma. Die Erinnerung an das Schlimmste, was ich je vor Augen gehabt hatte.